Ich bin geschlüpft! Guten Tag, verehrte Gäste der Mesa Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen in dieser Welt voller Insekten. Ich weiß, ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, aber mittlerweile ist die Welt voller Insektoider Menschen. Es ist einfach passiert. Überall Monster Girls in Form von unterschiedlichsten Insekten. Ich will jetzt nicht sagen, die sind problematisch oder schwierig besonders, aber die haben ein bisschen Eigenarten. Die neigen auch dazu, Insekten zu essen. Okay, gut. Die WHO will das ja mittlerweile oder hätte das gerne generell ja schon verlangt, sag ich mal, von uns allen da draußen, dass wir jetzt anfangen, Insekten zu essen. Gut, könnte vielleicht ein Grund sein, warum ein bestimmter Mangaka sich für dieses Werk entschieden hat. Und damit herzlich willkommen zu Nikoshoku Yoshikamakiri Mantis Akiyama. Ein Doshinchi, der später zu einem Manga wurde, der Nikoshoku JK Mantis Akiyama Mushimushi Ryori Kenkyo Bu heißt. Okay, habt ihr verstanden? Der Doshinchi ist in neun Kapiteln abgeschlossen, kommt halt in kleinen Heftchen raus und ist ein Doshinchi. Ein Doshinchi ist ein Fanwerk von einem Fan für Fans. Mit geringem Geld wird dann dieses Heftchen gedruckt und auf zum Beispiel der Comic Cat oder anderen Comic Conventions in Japan weitergegeben und weiterverkauft. Jetzt ist es so, der Mangaka, der D-Mangaka, hört auf den Namen Arino Kingo. Und wenn man da mal so guckt, was er bisher gemacht hat, ist genau das. Nicht mehr und auch nicht weniger. Der Manga kam aber erst, also der zweibändige Manga mit 13 Kapiteln kam aber erst 2021 raus und endete eben April 2022. Das heißt, diese zwei Bände existieren noch nicht allzu lange. Das heißt, der Mangaka ist wahrscheinlich noch im Game. Wir wissen nur gerade nicht, woran er als nächstes arbeitet. Der Doshinchi ist immerhin in neun Kapiteln abgeschlossen. Ob der Doshinchi und der Manga jetzt identisch sind und da einfach nur noch mehr Kapitel hinzugefügt wurden, weiß ich nicht. Weil ich leider keinerlei Einblick in den Manga bekommen habe, weshalb es hier in erster Linie eine Doshinchi-Review ist. Das ist ja auch mal selten, oder? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die Doshinchi-Review. Ja, von einem Manga, der übersetzt sowas bedeutet wie Carnivorous J.K. Mantis Akiyama oder, wenn ich das auf Deutsch übersetze, kommt da nämlich folgendes raus. Fleisch fressende weibliche Mantis Akiyama. Ja, wobei, also, ne, dieses J.K. ist ja auch immer so ein bisschen für Highschool-Schüler oder Schülerinnen so ein Begriff in Japan. Also so ungefähr, ne. Und der Name ist Programm tatsächlich, da der Doshinchi auch ungefähr ein Jahr gebraucht hat von 2018 bis 2019. Ich denke mal, da wird ähnlicher Content drin sein. Worum geht's in diesem Manga? Ihr seht es vielleicht schon an diesem lustigen, äh, Bild, äh, außenrum. Es ist ein Gag-Manga. Es ist kein Yonkoma-Manga, aber es ist ein Comedy-Manga. In erster Linie dreht es sich um mehrere Mädels, die alle Monster-Girls sind und alle in der Menschenwelt zu leben scheinen. Im Manga kommt dann später auch noch, oder wird dann offenbart, dass es scheinbar auch noch normale Menschen da draußen gibt. In den Doshinchi sieht man aber nur Insektenmädchen, sozusagen. Da dreht es sich um, äh, Akiyama und, jetzt muss ich gleich nochmal gucken, Inoue. Genau. Beziehungsweise Inoriko Akiyama und Hosumi Inoue. Also Inoriko und Hosumi sozusagen, Akiyama und Inoue. Ich komm da manchmal, ich weiß da manchmal nicht, die, die reden sich auch in den Übersetzungen mal so, mal so an. Ich sag jetzt einfach mal, ich bleib bei Akiyama und Inoue. Ähm, Akiyama ist, wie es der Name auch schon sagt, ein Mantis, also eine Gottesanbeterin. Aber eine sehr spaßige, keine, die jetzt irgendwie groß, super gefährlich ist oder so, sondern eigentlich sehr hilfreich, weil ihre beste Freundin Inoue, die ein Grashypper darstellt, hat aus irgendeinem sehr, sehr seltsamen Grund große Angst und Ekel vor Insekten. Aber natürlich nicht vor, ne, anderen Monster-Girl-Insekten, sondern von den Real-Life-Insekten, die nach wie vor existieren. Spinnen, die irgendwo rumkreucheln und fleucheln, Zikaden, findet die wirklich alles samt eklig. Akiyama, die Gottesanbeterin hingegen, die findet es sehr spannend, die hat da quasi so ihr, ihre Mentalität als Gottesanbeterin sehr behalten. Und ist eine Gourmet. Sie liebt es, diese Tiere zu fangen und zu braten, am besten zu essen und ihr ganzer Tag besteht darin, darüber nachzudenken, wie sie Insekt XY verköstigen könnte am Abend. Oder schon direkt, oder wie man schnelle Snacks, Zikaden-Snacks zubereiten kann. Soll man die frittieren oder lieber so roh essen wie Sushi und sowas wird dann da in ihrem Kopf thematisiert. Inoue findet das ziemlich eklig und möchte damit eigentlich eher wenig zu tun haben, aber beschließt dann quasi mit ihr in eine Wohnung zu ziehen, weil sie bekommt eine billige Wohnung. Was eigentlich an sich gut ist, aber da sind überall Insekten drin, also das geht gar nicht. Aber wenn sie Akiyama als, ja, als, wie nennt man das? Es ist ja, ich weiß nicht, als Raumnachbarn? Nee, ähm. Als Mitbewohnerin. Man sieht nicht mal, ob die ein eigenes Bett, äh, doch, die hat einen eigenen Raum. Ja, okay, dann ist es tatsächlich eine Mitbewohnerin. Okay, ich war kurz verwirrt, ob ich das, ob ich richtig das noch im Kopf hatte, aber ja, war eine Mitbewohnerin. Und ja, ob die die Mitbewohnerin, äh, gut findet, das könnt ihr euch natürlich fragen, denn die hortet auch einige Insekten, weil sie die ja irgendwann mal vielleicht essen möchte oder so. Und, äh, naja, wir kennen's halt, ne, Grillenzikaden können scheiß laut werden, wenn die irgendwo versteckt werden. Ja, ist natürlich, das Chaos ist vorprogrammiert. Jetzt ist es so, dass dann später noch zwei andere Mädels hinzukommen, und zwar einmal Tsuchida, die ist ein Skorpion, ein, ein, ja, ein vermeintlich kleiner, schwarzer Skorpion. Und Ito, eine Spinne. Ich weiß jetzt nicht genau, was, eine Springspinne, genau, weil, wisst ihr die, die so ein bisschen, also, in der Welt der Spinnen gibt es so eine Spinnenart, die heißt die Springspinne. Ich hoffe, ich sag denen, ich, ich hoffe, das ist jetzt der Name, und das ist nicht eine weitere, eher eklige Spinne, aber es gibt so Spinnen, die sind so klein, und wenn man da so ranzummt, die sehen aber vergleichsweise süß aus. Die haben, die haben irgendwas Niedliches, da gibt's auch viele lustige Bilder zu denen, sind zwar trotzdem Spinnen, und ich glaube, die, die sind nicht so süß wie, also, die sind harmlos, weil sie so small sind, aber, die sind halt trotzdem Spinnen, aber die sehen halt auf den Bildern irgendwie niedlicher aus, als jetzt so eine, keine Ahnung, Kamelspinne oder sowas. Die ist dann schon, oh, oh Gott, das ist dann schon das andere Kaliber von, nope. Und sie stellt, glaube ich, so eine Spinne dar, das sind die, wo so vier Euklein vorne haben, und, aber ist das nicht normal bei Spinnen? Egal. Ihr kennt das Design auf jeden Fall, wenn ihr es seht, ihr seht es nicht, aber, oder? Seht ihr das? Warte mal. Warte, hab ich das? Habe ich dich? Ja, ich hab dich. Ja, warte. Die. 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 Okay. Und, ähm, ja, die leben halt dann auch mit den beiden, ich glaub, das ist irgendwie eine Cousine von Inoue oder Akiyama, irgendwie eins von beiden, und die leben dort dann, also nicht mit ihnen, aber sind dann öfter mal bei ihnen, und da geht's auch immer um das Thema Essen und so weiter, und die zwei haben da auch wenig Schmerzen, irgendwelche anderen Insekten zu essen, es gibt da sogar eine Folge, wo, äh, Tsuchida, also der Skorpion, heimlich, weil sie einfach mal wieder Bock hat, so eine Spinne essen möchte, will das aber nicht vor Ito machen, weil sie Angst vor ihrer Reaktion hat, und versucht es so, also, sagen wir's mal so, Akiyama macht es dann wie so, hä, psst, hä, so eine Jacke auf, und dann ist da so ein Box mit so einer Spinne drin, und Inoue meint dann, sag mal, könnt ihr bitte aufhören, hier illegale Tradings in meiner Wohnung zu machen, danke. Ja, so. Der Manga ist echt unterhaltsam, ich fand's super schade, ich bin durch diese neun kurzen Kapiteln durchgerannt, und dachte mir dann, es wär so schön, wenn das weitergehen würde. Wie gesagt, der Manga geht wahrscheinlich noch einiges weiter, eine, was ich gesehen habe, ist, dass es noch eine Wespe gibt, die auch ziemlich, also, man muss auch mal die Designs loben, weil diese Kombination finde ich immer super spannend. Bei Monster Girls gibt's natürlich ganz simple Designs, wie zum Beispiel so eine Meerjungfrau oder so ein Zentaur-Dame oder sowas, das ist jetzt nicht, also, da gibt's jetzt nicht viel, wo man dran was kreativ sein kann, aber bei Insekten fand ich schon immer irgendwie spannend, dass zum Beispiel bei Akiyama hat sie so einen Teil des Mantis, so als Kopf, ne, obendrauf, oder auch Inoue hat diesen Grashüpfer-Design so quasi in die Haare mit eingebettet und wenn ihr die mal anguckt, die Designs, die sind ultra cool, also der Artstyle ist auch super. Ich weiß nicht, ob der Manga-Kar mal irgendwie eine Doshinji-Vergangenheit hat, also, ob er irgendwann mal auch FSK-18-Zeug gezeichnet hat oder sowas, da hab ich nichts zu gefunden. Ich kenn seine Vergangenheit jetzt, oder ihre, ich weiß nicht, ihre oder seine Vergangenheit nicht. Ich find's aber super geil, wie er zeichnet. Also, die Charakter-Designs sind unglaublich geil und auch die Artworks, wenn man so auf Pixels schaut oder so, die sind richtig, die haben richtig Qualität. Also, man merkt, das ist da, der ist jetzt nicht einer, der jetzt mal so spontan angefangen hat, sondern der ist schon länger im Game oder er, sie kann einfach nur verdammt krass kreativ zeichnen. Die Mädels sind auf jeden Fall alle interessant visuell. Dann gibt es noch eine Lehrerin oder, ja, ich glaube, eine Lehrerin, die ist so ein tausend, nee, Entschuldigung, ein hundertfüßler, was super interessant ist. Hm, nee, nee, die ist ein tausendfüßler. Ich muss noch, ich, Gott, ich, ich schwöre, ähm, ich, ich werd nicht warm mit diesen Namen, gell? Hundertfüßler, doch, das sind die gefährlichen, giftig, ja, ja, sorry, hundertfüßler, eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber irgendwie komm ich da ständig durcheinander. Hab ich jetzt in der Themenwoche schon öfter mal das Problem gehabt bei der Aufnahme. Und ja, da gibt es einfach so eine Lehrerin, die ist halt einfach so ein, so ein hundertfüßler. Und vom Design her sieht das so cool aus, auch weil, weil so wieder, sie hat so eine Brille auf und die, die Haare quasi enden so mit dem Körper irgendwie. Es ist halt, es sieht so cool aus. Und dann gibt es hier noch so eine Wespe, die ist so ein bisschen so, so rowdy-mäßig, ne, und ihre, die hat quasi am Kopf wie so eine Art Wespe halt, so als Kopf. Und dann endet der, der Zopf sozusagen, ist quasi diese, diese Stachelspitze von so einer Wespe. Und das endet so wie so ein Zopf vorne bei ihr. Und, äh, die hat halt so ein Totenkopf, äh, Shirt an, ist so ein bisschen so Punk-mäßig. Super-coole Designs. Also ich muss, ich bin, ich muss, ich grinst, ich find die so spaßig. Äh, und wie gesagt, die Charaktere sind alle liebenswürdig, die machen alle auf ihre Art und Weise Spaß. Akiyama will alles, was irgendwie kreuscht und fleucht essen und ist halt mehr oder minder so eine Art Insekten-Gourmet-Otaku, wenn du es so willst, ne. Und hat er auch so eine gewisse Sucht. Ähm, dann hast du Inoue, die halt so komplett eher so fast schon normal denkt, kann man fast sagen und nicht so seltsame Entscheidungen. Also, ich sag mal so, Inoue ist, glaub ich, dazu da, dass der Leser, wenn er Insekten nicht so geil findet, mit der irgendwie connecten kann. Und da konnte ich schon teilweise mit der connecten, weil manche Sachen sind halt einfach eklig und, ähm, auch wenn man die lecker zubereitet, sehen die halt immer noch eklig aus. Und da bin ich der gleichen Meinung. Ähm, und sie ist eher so die, die kühlere, die coole, um's, um's mal so zu formulieren. Ähm, sie war ehrlich gesagt so mein Lieblingscharakter in den, äh, neun Kapiteln, weil ich konnte mit ihr einfach am meisten irgendwie, ich dachte mir jedes Mal so, ja, ach du Scheiße. Und genau, das war dann auch ihre Reaktion, da hab ich gedacht, ja, okay, ähm, wir, wir, wir verstehen uns. das, das fand ich, äh, ganz spaßig. Ito ist eher so eine, eher zurückhaltende, eher so, nicht super schüchtern, aber so in dem Richtung, so eine Spinne. Und, äh, ja, Tsuchita ist einfach, der Skorpion ist einfach ne typische Zündere. Aber, nicht ganz, auch hier, nicht ganz so. Die haben alle ihre Tropes, aber die Tropes sind alle nicht so überdramatisiert ausgebaut, wie man's erwarten würde. Wie man ne Zündere oder, ne, ein schüchternes Mädel oder, äh, ein Otaku oder sonst was irgendwie erwarten würde, so überzeichnet, sondern, die haben alle so trotzdem ihre, ihren Rahmen. Und das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie gesagt, schade, dass das nur neun Kapitel sind. Der Manga geht halt weiter, aber hat halt auch nur zwei Bände. Wenn ich solche Manga sehe, muss ich ehrlich sagen, die gibt's jetzt halt nur in Japan, okay? Auch den Doshinji, den gibt's logischerweise nur in Japan. Äh, ohne Übers, Fanübersetzer wären wir teilweise, hätten wir teilweise wirklich interessante Werke da nicht zu sehen. Es sei denn natürlich, ihr könnt japanisch dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, das Werk ist auch nicht mal irgendwie in Frankreich oder sowas, äh, unterwegs, oder, oder Italien oder sowas. Jedenfalls müsste ich nichts davon. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, ich find's, ich denk manchmal so, warum gönnt man diesem Manga nicht mal ne Lizenz? Es sind zwei Bände. Es ist super spaßig. Monster Girls ist eine Thematik. Die Leute wollen das immer noch haben. Das würde sich immer noch verkaufen. Aber irgendwie tut sich der Markt grad so nach dem Motto, ah ja, der Hype ist jetzt vorbei, wir gehen jetzt auf was anderes ein. Und das find ich irgendwie immer schade, auch im englischen Bereich, dass man sich so, dass man nur so Hypes hinterher rennt. Und sobald die so ein kleines Zeichen von Abflachen anzeigen, sagt man direkt, okay, alles klar, bam, vorbei. Das machen wir jetzt nie wieder so, gefühlt, oder nur, wenn etwas wieder groß ist und ein Anime bekommt, oder sonst was. Ansonsten lassen wir da die Finger von. Finde ich super schade. Weil der Manga, der hätt's echt verdient. Das ist mal wieder ein schöner, lustiger Comedy-Manga mit super kreativem Charakter-Design. Und für Monster Girl-Fans sowieso ein absolutes Muss, meiner Ansicht nach. Wer Comedy mag und Monster Girls, der sollte sich den Manga auf jeden Fall mal, den Doshinji auf jeden Fall mal anschauen. Wer japanisch kann, bitte schaut euch natürlich, oder kauft den, den japanischen Manga natürlich. Auch hier werde ich gucken, wenn ich nächstes Jahr mal wieder, mal eine große Japan-Paketsammlung mache, dieses Jahr wird es schwierig, dann will ich auf jeden Fall den Manga auch mit einbeziehen. Es sind zwei Bände, da kriege ich hin. Vielleicht finde ich sogar den Doshinji, wäre auch cool. Aber ja, mir gibt es eigentlich zu dem Manga jetzt nichts zu sagen. Arino Kingo hat meiner Ansicht nach einen super Job gemacht. Ist ein Mann. Okay, habe ich gerade gesehen. Ist ein Mann. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich würde mich freuen, wenn es mehr von dem Manga-Kar noch in Zukunft zu sehen gibt. Und ich freue mich auf jedes weitere Werk, Doshinji, Manga, was auch immer, was von ihm fan-translated, also fan-übersetzt wird, oder sogar wirklich mal lizenziert wird. Ich kann dream, Harold. Ich könnte, man kann ja, man darf ja noch träumen, ne? In diesem Sinne. Ja, das war es eigentlich. Gott, wenn ich das, ich sehe mich gerade wieder selber, also fernab davon, dass irgendwie meine Haare irgendwie wüst aussehen, aus irgendeinem Grund. Aber die Haare, die Haare. Wenn ich die Charakter hier wieder sehe, ist pure Liebe. Ist so geil. So geil. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, diesen Hintergrund zu machen, um mal so ein kleiner Manga-Random-Fact noch zu hinterlassen. Der hat so viel Spaß gemacht, diesen Hintergrund zu designen. Ich habe so viele andere Hintergründe mir versucht zusammenzustellen, aber der hat mir dann letzten Endes am meisten gefallen. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Es gab so viele Möglichkeiten, die Figuren irgendwie zu platzieren und andere Figuren zu nehmen und so weiter. Und es ist, ey, es hat richtig Spaß gemacht. Also noch mal fetten, fetten Dank an den Manga-Kader, der dieses Werk ins Leben gerufen hat. Schade, dass es nur zwei Wände geworden sind. Ich hätte ihm mehr gegönnt, aber so ist es halt. Vielleicht ist der Manga auch so ein bisschen untergegangen in Japan. Das kann durchaus sein, ne? Ja. Also gebt ihm auf jeden Fall mal eine Chance. Monster Girls sind ja beliebt. Immer noch. Und ich weiß, dass einige von euch da draußen da auch immer noch große Fans von sind. Probier's mal aus. Ist ja schnell gelesen und der Doshin-Chi, ja sowieso, ne? So. Und es ist wieder ein weiterer Beispiel, ein weiteres Beispiel, um das noch abzuschließen. Um auch mal anderen Leuten immer mal wieder auch, die vielleicht nicht so viel Ahnung davon haben, ähm, immer mal wieder auch zu zeigen, hey, Doshin-Chi muss nicht immer FSK 18 Zeug sein. Das kann auch einfach eine kleine, charmante Comedy-Reihe sein, ohne irgendwas Explizites oder Weirdes. Doshin-Chi können alles sein. Das ist etwas, wo, glaube ich, viele Leute noch nicht verstehen, weil Leute, die jetzt hier draufklicken und sagen, oh, Doshin-Chi-Review, haha, die sind dann oft enttäuscht, wenn ich eine Doshin-Chi-Review mache und es geht nicht um FSK 18 Content und Schmuddeleien. Ja, das ist die Natur von Doshin-Chi. Nur, nur weil es sehr viele davon gibt, weil Sex sells, heißt das nicht, dass es alles ist. Ja, und in dem Fall ist es das definitiv nicht. Es ist ein wunderschöner Gag-Manga, den ich euch hiermit empfohlen habe. So, und er passt natürlich wunderbar in diese Themenwoche. Ist klar, ist klar. Das war's. Ich denke, damit habe ich euch genug beschwatzt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Rückmeldung freuen. Und ansonsten, ja, gehabt euch wohl. Ich bin euer René von der Maison Manga und ich sage wieder einmal tschau, bye-bye, bis zum nächsten Mal. Ich verpupp mich jetzt wieder. Na, vielleicht, vielleicht, wenn ich Glück habe, klappt es diesmal und ich werde zu einem wunderschönen Schmetterling. Mal schauen. Hallo. Tschau, 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 ich werde jetzt ein paar Monate schlafen. Gute Nacht. Okay. Tschau, 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 tschau. Untertitelung des ZDF, 2020